Herzlich Willkommen, vielen Dank Herr Rath, dass Sie sich Zeit genommen haben zu uns in die UBIT Wien zu kommen. Wir wollen heute über das Thema Selbstständigkeit versus Unselbstständigkeit sprechen. Wie sieht es da bei Ihnen im Unternehmen aus? Was macht denn Ihr Unternehmen? Mein Unternehmen ist eine Unternehmensberatung und ein Erwachsenenbildungsinstitut. Wir begleiten seit 1998 Unternehmen bei der Entwicklung ihrer Führungskräfte und bei dem Optimieren sozusagen ihrer Schnittstellenmanagements, in ihrer Kommunikation, in ihrer internen. Wir bieten aber auch eine Vielzahl an offenen Seminaren und Lehrgängen an, an denen Einzelpersonen teilnehmen können. Wir beschäftigen Trainerinnen und Trainer, die alle eine fundierte Ausbildung hinter sich haben, die zum Teil sehr viel Erfahrung mitbringen und daher die fachliche Qualifikation und die Expertise haben diese Beratungen, Schulungen, Begleitungen durchzuführen. Was wurde hier konkret beanstandet? Wo gab es hier ein Problem? Wir haben uns zu Beginn unserer Geschäftstätigkeit ganz genau überlegt, mit welchem Beschäftigungsverhältnis wir mit unseren Trainerinnen und Trainern zusammenarbeiten wollen und haben uns nach langen Recherchen und intensiver Beratung für den freien Dienstvertrag entschieden. Wir waren der Meinung, dass das ein geeignetes Mittel ist und sind leider erst nachher drauf gekommen, dass die Formulierungen im Gesetz hier so diffus sind, dass es so viele Auslegungsmöglichkeiten zulässt. In einem Fall ist es uns auch wirklich dann schlecht ergangen damit, weil in einem Fall das Arbeits- und Sozialgericht entschieden hat, dass es sich bei einer Trainerin wirklich um einen freien Dienstvertrag gehandelt hat, dass aber in genau dem gleichen Fall, zum genau gleichen Zeitraum für genau die gleiche Tätigkeit die Sozialversicherung entschieden hat, dass es sich um ein fixes Dienstverhältnis handelt. War das Ihr einziger Fall oder hatten Sie noch öfter das Vergnügen sozusagen? Wir hatten noch ein zweites Mal das zweifelhafte Vergnügen, da zusammenzutreffen. Wir haben im Anschluss an diesen Fall dann die Zusammenarbeit mit unseren Trainerinnen und Beraterinnen umgestellt auf einen Werkvertrag. Das heißt, wir haben mit selbstständigen Trainerinnen und Beraterinnen zusammengearbeitet und da war in einem Fall, die Gebietskrankenkasse ist da selbstständig tätig geworden und hat einen Trainer, die Zusammenarbeit mit einem Trainer nachträglich als fixes Dienstverhältnis qualifiziert. Wir haben natürlich in der Annahme richtig gehandelt zu haben, sozusagen gemeinsam mit dem Trainer das bekämpft. Der Trainer hat sozusagen immer selbstständig tätig sein wollen, er hat all diese im Gesetz vorgesehenen Punkte, die ein Werkvertragsverhältnis beschreiben, auch so erfüllt. Das heißt, er hat Aufträge abgelehnt, er hat von seinem Vertretungsrecht Gebrauch gemacht, er hat eigene Betriebsmittel mitgebracht. All das hat er auch mit Elan und Werb sozusagen in den verschiedenen Befragungen ausgesagt. Trotzdem wurde das einfach weggewischt und die Gebietskrankenkasse hat entschieden, es handelt sich um ein fixes Dienstverhältnis. Was hat das gekostet, wenn wir fragen dürfen? Es hat gekostet über 92.000 Euro. Das besonders ärgerliche an dieser Ansicht, schon sehr schmerzhaften Zahl ist, dass mehr als 27.000 Euro davon allein Zinsen gewesen sind. Man muss dazu bedenken, die Gebietskrankenkasse rechnet mit einem Zinssatz von über 8 Prozent. Das ist ja relativ gesalzen. Wie sah es dann konkret für Ihr Unternehmen aus? Wie ist es weitergegangen? Na ja, 92.000 Euro Nachzahlung. Das ist der Betrag, der sozusagen eigentlich einen Jahresgewinn übersteigt. Jetzt muss man einerseits bedenken, wir sind zwei geschäftsführende GesellschafterInnen. Das heißt, wir leben vom Gewinn und wenn ich mehr als einen Jahresgewinn an Nachzahlung habe, dann habe ich sozusagen ein Jahr lang gratis gearbeitet. Und darüber hinaus ist es auch wichtig zu bedenken, dass wir mehr als 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigen. Und wenn sowas noch einmal passiert, dann kann das durchaus auch den Bestand des Unternehmens gefährden und damit 40 Arbeitsplätze. Das wollen wir natürlich nicht hoffen, insbesondere für den Standort Wien. Herr Rath, vielen Dank, dass Sie Ihre Geschichte mit uns geteilt haben. Wir hoffen, dass wir zukünftig Rechtssicherheit für UnternehmerInnen in unserem Lande zustande bekommen. Vielen Dank.